so guten morgen leute und wieder ist eine nacht vergangen in der die standheizung nicht funktioniert hat und wir hatten in den letzten tagen hat es gependelt zwischen minus 11 minus 18 und bis zu minus 28 grad und das ist ohne standheizung nicht lustig wobei ich auch keine standheizung habe die permanent funktioniert sondern eigentlich nur ein wasserstand heizen so dass ich beim aufwachen waren werde aber ich habe glücklicherweise die bledimax die bledimax black drin das heißt die thermo matten und sichtschutz matten ich stehe jetzt hier in lapland auf dem parkplatz die matten sind drin man kann von außen so gut wie nicht erkennen dass hier jemand drin schläft dass hier ein camper ist das ist von außen einfach nur ein dunkles auto das irgendwo steht ist wirklich nichts erkennbar und das ist der riesen vorteil natürlich zu den silberglänzenden 08 15 man wo jeder sofort erkennt da pennt jemand drin und zusätzlich ist die innen temperatur nicht unter null gesunken ohne heizung ich habe circa sieben acht stunden drin geschlafen jetzt im dicken schlafsack also wunderbar und wieder mal haben sich auch im new defender jetzt die bledimax bledimax matten bewährt und ich will einfach nicht mehr darauf verzichten und ich kann ja auch nicht darauf verzichten weil die funktionieren immer und von innen sieht es dann so aus ich habe sie mir in apfelgrün mit der umrandung in pinje machen lassen sieht gut aus man kann natürlich nicht so viel erkennen weil es jetzt relativ dunkel ist aber es ist angenehm eine angenehme farbe hier innen es ist blickdicht man kann sich innen drin umziehen und niemand sieht dass jemand schläft und vor allen liegen es ist warm wie gesagt ich finde es eine wirklich hervorragende lösung wie es gemacht wurde die passt form ist wirklich perfekt das passt alles genau da muss ich sagen liebe anja von der blickdicht manufaktur absolut super arbeit